Hallo und herzlich willkommen bei Top Gadgets. Online Gaming ist mehr als nur ein einfaches Hobby. Jedes Jahr werden weltweit viele Turniere organisiert. Da Game Streaming Plattformen immer bekannter werden, können wir definitiv sagen, dass diese Branche boomt. Wenn du ein Gamer bist, dann ist dieses Video definitiv interessant für dich. Wir werden dir die besten Cyber Gaming Gadgets vorstellen, um dein Spielerlebnis noch angenehmer zu machen. Lasst uns in unsere Liste der Top 5 coolsten Gaming Gadgets eintauchen. Das erste Gadget, das wir euch heute vorstellen wollen, ist das Nanoleaf Rhythm Light Panels. Spielen und Streaming des Lieblingsspiels ist in der Tat eine große Freude für alle Gamer, aber dennoch eine hohe Belastung für die Augen. Wenn ihr lange unter ständiger Beleuchtung spielt, dann werden die Augen müde. Um diesen Stress entgegenzuwirken, hat sich die Firma Nanoleaf Rhythm etwas einfallen lassen. Mit den smarten Lichtpanelen von Nanoleaf Rhythm könnt ihr eure Raumbeleuchtung jetzt flexibel steuern. Dies hilft, euch während des Spiels oder bei anderen Aktivitäten besser zu konzentrieren. Ihr habt die Möglichkeit, die Form dank der modularen und dünnen LED Panels individuell zu gestalten. Diese lassen sich nur in wenigen Sekunden ohne zu bohren und zu schrauben montieren. Zusätzlich könnt ihr mit der kostenlosen App für Smartphone und Tablet jederzeit die Farbe, Helligkeit und Lichteffekte steuern. Ein weiterer Aspekt des Nanoleaf Rhythm Light Panels ist, dass es eure Lieblingslieder in tanzenden Symphonien aus Farben und Licht verwandelt. Diese Panels können auch als Wecklicht dienen, indem sie zu jeder gewünschten Zeit am Morgen aufleuchten. Sie sind mit 16 Millionen Farben gefüllt und können durch ihre Kompatibilität mit Vielzahl von Assistenten wie Alexa, Google und Siri problemlos sprachgesteuert werden. Macht eure Spielatmosphäre unterhaltsamer mit der besten Wahl für intelligente Beleuchtung für euer Zimmer. In der Beschreibung unter diesem Video findet ihr den Amazon Link. Dort bekommt ihr weitere Informationen zum Gadget und könnt es natürlich im Online-Shop kaufen. Das nächste Gadget auf unserer Liste ist die Logitech C922 Pro Gaming Webcam. Da heutzutage die Kamera zum Einfangen der Emotionen beim Streamen nicht fehlen darf, ist dies das beste Gadget für Streamer, da sogar Full HD 1080p mit 30 Frames pro Sekunde unterstützt wird. Wenn ihr dieses Gadget in eurem Spielset haben wollt, benötigt ihr kein zusätzliches Mikrofon mehr. Es bietet die höchste Streamingqualität. Logitech C922 Pro besteht aus zwei Mikrofonen, die ein ideales Stereo-Klangerlebnis erzeugen. Dieses Gadget ist mit Windows und Mac Betriebssystemen kompatibel und funktioniert mit allen Streaming-Apps. Ihr könnt auch hyperschnelle Streams in HD 720p mit 60fps haben, da die Logitech C922 Pro mit HD-Autofokus und Lichtkorrektur-Techniken ausgestattet ist und somit stabile und veränderbare Hintergründe ermöglicht. Weitere Informationen über diese perfekte Webcam findet ihr in der Videobeschreibung. Nummer 3 des heutigen Videos ist die Klim Optics Gaming Brille. Zu langes Spielen kann die Augen verletzen und zu allgemeiner Müdigkeit führen. Die Gaming Brille von Klim Optics schützt eure Augen vor UV-Licht, das von eurem Bildschirm ausgestrahlt wird. Diese Brille filtert 92% des blauen Lichts dank ihrer hochwertigen Linsen, das weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Klim Optics Gaming Brillen verhindern Kopfschmerzen und trockene Augen und nach stundenlang Spielen mit der Klim Optics Gaming Brille könnt ihr nachweislich auch viel besser schlafen. Die Rahmen der Klim Optics Brille bestehen aus einem sehr leichten thermoplastischen Stoff, wodurch sie sehr flexibel und praktisch unzerbrechlich ist. Dank ihrer Materialkomponenten sind Klim Optics Gaming Brillen vollständig hitze- und wasserbeständig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Klim Optics Gaming Brillen nur 20 Gramm wiegen. Durch die Anti-Müdigkeit und Anti-Kopfschmerzen-Eigenschaft seid ihr folglich auch produktiver. Sie sind preislich sehr schwinglich und dienen für eine lange Zeit. Den Link zur Klim Optics Gaming Brille findet ihr in der Videobeschreibung. Das nächste Gadget wird sicherlich allen Gaming Fans unter euch gefallen. Es ist eine großartige Lösung für die Organisation eures Spielesets, da die meisten der neuesten Top-Spiele nicht die Bedienung der gesamten Tastatur erfordern. Tastatur und Maus verwenden beide RGB-Beleuchtungslösungen. Ihr könnt Dutzende von Licht- und Farbeffekten mit der auf eurem PC installierten Red Dragon Software anwenden. Die einhändige RGB-Gaming-Tastatur Redragon K585DT verfügt über 7 programmierbare Makro-Tasten und insgesamt 28 Makro-Einstellungen. Dies bedeutet, dass das Binden mehrerer Befehle und deren Aktivierung während des Spiels viel schneller und einfacher werden. Außerdem könnt ihr diese tragbare Tastatur mit Hilfe eines Kabels vom Typ C verbinden. Die große Handballenauflage bietet eine hervorragende Unterstützung, um die Verwendung zu vereinfachen. Dieses Gadget ist ergonomisch sehr gut gestaltet und kann verwendet werden, um euren Spielprozess angenehmer zu machen. Den Link zu dem praktischen Gadget findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das letzte Gaming-Gadget auf unserer Liste ist das EXA E900 Gaming Headset. Dies ist eines der besten Gaming-Headsets der Branche. Dank seines klaren und hochwertigen Klangs könnt ihr in angespannten Spielsituationen besser auf eure Gegenspieler reagieren. Der EXA E900 ist mit einem abnehmbaren Geräusch-Unterdrückungs-Mikrofon ausgestattet, mit dem ihr euch kristallklar und knackfrei mit euren Freunden und Teammitgliedern unterhalten könnt. Dieses Headset verfügt über einen robusten Metallrahmen und ein gut gepolstertes Kopfband, das einen langen, anhaltenden Tragekomfort bietet. Das Sound Gaming Headset verfügt über akustische Präzision, sodass ihr die Umgebung und Spielatmosphäre deutlich besser wahrnehmen könnt. Für EXA E900 muss keine Software installiert werden, wodurch ihr das Spielerlebnis auf der PS4 oder Xbox One mit dem EXA E900 Headset direkt genießen könnt. Zusätzlich ist es im Vergleich zu anderen Gaming-Headsets preislich sehr erschwinglich. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr noch weitere Informationen über den Preis und über die technischen Details. Und das waren die 5 coolsten Gaming-Gadgets auf Amazon. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Hier seht ihr nun unser zuletzt hochgeladenes Video, das ihr euch auch gerne noch anschauen könnt. Vergesst außerdem nicht, dieses Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Ciao!